Die Oberammergauer und ihre Festspiele. Die Pest konnten sie abwehren. Corona leider nicht. Dieses Jahr steht ihnen nichts im Weg. Die Stimmung ist total gut. Jeder hat Lust und will, dass das stattfindet. Es prägt sehr und man möchte gerne Teil dieser Gemeinschaft sein. Wladimir Kaminer mit Regisseur Christian Stückel hinter den Kulissen. Von den Proben bis zur Premiere. Kaminer Inside. Am Samstag um 19.20 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017